So, willkommen bei einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. Heute schauen wir uns an, was Ketten überhaupt sind und welche Bedeutung sie haben in Sachen Effekten. Eine Kette ist ein System, das den Spielern erlaubt, mehrere Karten-Effekte nacheinander übergangslos zu aktivieren und abzuwickeln. Also quasi eine Kombination, also eine Kette ist quasi eine Reihenfolge an verschiedenen Effekten. Der Begriff Kette bezieht sich auch auf die Aktivierung einer Karte als Resultat auf die Aktivierung einer anderen Karte. Also wenn man quasi einen Effekt auf einem Effekt einer anderen Karte aktiviert, dann spricht man von einer Kette. Und man kann mehrere Effekte eines anderen Effektes anketten. Aber mehr dazu ist gleich. Wenn der Effekt einer Karte aktiviert wird, erhält der Gegner stets die Gelegenheit, mit einer seiner eigenen Ketten, äh Karten, darauf zu reagieren. Wenn der Gegner als Reaktion ebenfalls einen Effekt aktiviert, wird eine Kette erzeugt. Also quasi wenn nach einem Effekt ein weiterer Effekt aktiviert wird, dann spricht man von einer Kette. Danach erhältst du wiederum die Möglichkeit, einen Effekt als weiteres Glied der Kette zu aktivieren. Und so weiter. Also eine Kette ist quasi eine Reihenfolge aus mehreren Effekten hintereinander. Das heißt, wenn zwei Effekte hintereinander aktiviert werden, dann spricht man von einer sogenannten Zweierkette. Man kann aber auch drei Ketten nacheinander aktivieren, dann spricht man von einer Dreierkette. Und so weiter. Beide Spieler fügen der Kette so lange immer neue Effekte hinzu, bis beide nicht mehr spielen möchten. Also man kann so viele Ketten hinzufügen, wie es halt gerade möglich ist. Ähm, ja. Und es geht immer weiter, die Kette, bis keiner der Spieler nichts mehr machen kann oder machen möchte. Dann wird die Effektkette nach und nach in umgekehrter Reihenfolge aufgelöst. Also jetzt werden dann quasi die Effekte, dann alle, die werden dann alle aktiviert quasi, die in der Kette auftreten. Der letzte Effekt, der in der Kette angehängt wurde, der wird zuerst gestartet. Und der erste Effekt, der gestartet wurde in der Kette, der kommt dann als letztes. Ähm, ja. Dann wird die Effektkette nach und nach in umgekehrter Reihenfolge aufgelöst. Beginnend mit der letzten Karte, die aktiviert wurde. Auch wenn dein Gegner keine Kette erzeugt, kannst du selbst in einer Kette an die Aktivierung einer eigenen Karte anschließen. Man kann also auch Effekte bei eigenen Karten hinzufügen, um auch eine Kette zu erzeugen. In diesem Spiel wird, um den Spielfluss nicht zu beeinträchtigen, nicht nachgefragt, ob du nach der Aktivierung deiner eigenen Karte eine Kette erzeugen möchtest. Also das ist nur für das Spiel relevant. Hier ist das Symbol. Ja, da kann man quasi aus- oder anschalten, ob man eine Kette aktivieren möchte oder nicht. Wenn du nach der Aktivierung deiner eigenen Karte eine Kette erzeugen möchtest, dann würde ich in diesem Bereich, ja, das ist nicht so wichtig, ähm, verstehst du nun, wie Ketten funktionieren. Während des Spiels löst der Computer, wenn deine Kette besitzen, also kurz gesagt, ähm, jetzt für euch. Ähm, wenn der Gegner einen Effekt aktiviert, dann könnt ihr als Kette euren eigenen Effekt noch hinterher aktivieren. Und euer Effekt gilt dann als erstes. Vorausgesetzt der Gegner wird danach nicht noch eine weitere, ähm, Karte als Kette hinzufügen. Das Ergebnis einer Effekt-Kette kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Effekte der Kette hinzugefügt wurden. Versuch also durch Erfahrung vieler Duelle ein tiefes Verständnis für Ketten zu erlangen. Eines der wichtigsten Konzepte, um Ketten zu verstehen, ist die Geschwindigkeit, also die Zaubergeschwindigkeit. So, das ist jetzt ein Kapitel, was ich selber zugegebenweise auch noch nicht so hundertprozentig verstehe. Ähm, die Zaubergeschwindigkeit bezieht sich auf die Schnelligkeit des Karteneffekts. Wenn du auf den Effekt einer Karte in einer Kette reagieren willst, geht dies nicht mit einer Karte, die eine langsamere Zaubergeschwindigkeit hat. Also gut, ähm, anscheinend haben Karten, also Effekte, bestimmte Geschwindigkeiten. Die einen sind wahrscheinlich schneller, die anderen wahrscheinlich langsamer. Das muss ich jetzt selber auch verstehen. Es gibt Zaubergeschwindigkeiten von 1 bis 3. Zaubergeschwindigkeit 1 ist die langsamste. Und Zaubergeschwindigkeit 3 die schnellste. Okay, das ist jetzt auch ein kleines Tutorial für mich. Ähm, Zaubergeschwindigkeit 1 umfasst normale Zauber, Ausrüstungszauber, Spielfeldzauber, Permanente Zauber, Ritualzauber und Effektmonster. Außer Schnelleffekte. Diese Karten kannst du nicht in einer Kette als Reaktion auf andere Ketten aktivieren. Also gut, wenn, ähm, das ist quasi das, ähm, was man nur als Startkette spielen kann. Also als normale Anfangskette, also um die Kette zu starten, kann man halt nur diese Zaubergeschwindigkeit 1 Zauberkarten hier wahrscheinlich spielen. Und man kann die nicht als eine Kette hinzufügen. Zaubergeschwindigkeit 2 umfasst Schnellzauber, normale Fallen, Permanente Fallen und die Schnelleffekte von Effektmonster. Diese Karten kannst du in einer Kette als Reaktion auf Karten mit Zaubergeschwindigkeiten 1 oder 2 aktivieren. Gut, jetzt kommen die, ähm, Karten, was man an die Zaubergeschwindigkeit 1 anketten kann. Das sind Schnellzauber, normale Fallen, Permanente Fallen, Effective-on-Effekt-Monstern. Die können alles auf die Zaubergeschwindigkeiten 1 oder 2 aktiviert werden. Also auch auf der 2, ähm, ja. Zaubergeschwindigkeit 3 umfasst nun die Konterfallen. Diese Karten kannst du immer in einer Kette als Reaktion auf andere Ketten, äh, Karten anaktivieren. Okay, müsst ihr euch merken oder ich muss sie mir auch merken. Also Konterfallen kann man immer als Kette aktivieren. Boraussicht natürlich ist, dass man die Bedingungen dafür hat, um die Konterfalle zu aktivieren. Versuchen mal eine Kette zu erzeugen. Alles klar, wir haben hier den Schnellzauber Schrumpfen. Das ist Geschwindigkeit 2. Der Gegner spielt eine Zauberkarte. Das ist schon, ähm, Geschwindigkeit 1. Gut, jetzt können wir eine Karte anhängen. Elfenhandspiegel hat Schnelligkeit 2. Mystischer Rountryphon ebenfalls Schnelligkeit 2. Gut, was machen denn die Karten? Übertrage den Effekt einer Zauberkarte eines Gegners, für die ein Monster als Ziel gewählt wurde, auf ein anderes Monster. Das neue Monster muss ein legales Ziel sein. Okay, wir können quasi diese Zauberkarte auf diese hier übertragen, mit dem Elfenhandspiegel. Dann können wir als Kette möglicherweise noch die Schrumpfen aktivieren, denn das ist ja auch Geschwindigkeit Nummer 2. Und wenn wir Lust haben, können wir diese Karte gleich zerstören, wenn wir möchten. Ich mach das jetzt einfach mal, dann haben wir eine Dreierkette. Also, Kettenbild 2. Ah, warum können wir das jetzt nicht anhängen? Eigentlich müsste das doch gehen, oder? Anscheinend will das Spiel nicht, dass wir das jetzt machen. Na gut. Gut, jetzt haben wir die Karte, jetzt müssen wir die Karte Schirr und der Mage benutzen. Das ist der Effekt einer Monsterkarte, also Kette 1. Wenn ich mich nicht richtig entsinne. Oder wenn ich mich recht entsinne, so ist es richtig ausgedrückt. Okay, jetzt kommt Ring der Zerstörung. Das ist Kette Nummer 2. Was haben wir denn als Falle? Ein Konterzauber vielleicht? Ja, eine Konterfalle. Konterzauber gibt's gar nicht. Ja, die können wir als Kette 3 hinzufügen und dann können wir die Effekte von dieser Schnelligkeitsstufe 2 annullieren. Das ist dann Kettenglied Nummer 3. So, jetzt löst sich die Kette auf. Der Effekt der ersten Karte gilt. Annullieren des Effekts. Jetzt kommt der zweite Effekt. Der wurde allerdings annulliert von der dritten Kette. Und dann kommt der Effekt unseres Chirons und hat die Karte zerstört, aber die wurde ja schon annulliert. Angehäufte Reichtümer. Aktiviere nur als Kettenglied 4 oder höher. Ziehe 2 Karten. Du kannst diese Karte nicht aktivieren, weil es mehrere Karten oder Effekte mit demselben Namen in dieser Kette sind. Genau wie dieses, ähm, ja, das ist also eine Karte, die sich danach richtet, wie viele Kettenglieder es gibt. Solche Karten haben Effekte, die von der Anzahl der Kettenglieder abhängig sind. Hier auch wieder eine Kettenheilung. Du erhältst 500 Lebenspunkte. Falls diese Karte als Kettenglied 2 oder 3 aktiviert wurde, füge diese Karte dem Deck hinzu und mische es. Falls diese Karte als Kettenglied 4 oder höher aktiviert wurde, gib die Karte auf die Hand zurück. Die erste aktivierte Karte heißt Kettenglied 1, die zweite an die erste Karte angehängte heißt Kettenglied 2, die nächste Karte heißt Kettenglied 3 und so weiter. Gut, wir holen mir das Ganze nochmal. Ob du eine Kette erzeugen kannst oder nicht, hinkt ab von der Stufe des Monsters, der Zaubergeschwindigkeit. Oder man kann immer eine Kette erzeugen. Anfangs dachte ich, man kann immer eine Kette erzeugen, aber jetzt muss ich feststellen, dass es von der Zaubergeschwindigkeit abhängt. Und die Stufe des Monsters ist Blödsinn, also Zaubergeschwindigkeit. Welche Zaubergeschwindigkeit hat einen Schnellzauber? Ist es Zaubergeschwindigkeit 1, ist es Zaubergeschwindigkeit 2 oder Zaubergeschwindigkeit Nummer 3? Das müsste, glaube ich, 2 sein. Ja, genau. Welcher Spieler kann eine Kette erzeugen, wenn dein Gegner einen Effekt aktiviert? Sind es wir, ist es unser Gegner oder der Schnellere von beiden? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also der Schnellere von beiden. Nicht? Na gut, dann sind es wir. Gut, kann ich mir nicht erklären. Okay. Gut, das war's auch für das Kapitel Ketten. Also merken, immer wenn mehrere Effekte hintereinander auftreten, dann spricht man von sogenannten Ketten. Und man muss die halt in verschiedenen Geschwindigkeiten unterscheiden. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, was ein Match-Duell ist. Bis dann, euer Jan Kappe. Ciao. Bis dann, euer Jan Kappe.